Musik, AON, Asaks. Es sind viele Sachen passiert. Ich habe ja selber mit Farid eigentlich gar kein Problem. Es sind mehr Leute um ihn herum, mit denen ich schon immer ein Problem hatte. Es gab Konflikte, es wurde auch geschossen auf die, weißt du? Das weiß auch jeder, das steht überall geschrieben. Und das ist das eine Ding, das andere ist halt Casey, weißt du? Das ist auch ein Peach. Ansonsten, Farid selber mit dem... Er hat mir noch nie was getan, so. Er hat mir noch nie was Schlechtes gemacht, so. Ehrlich gesagt, ich kenne ihn auch nicht als falschen Jungen.